... ... ... Okay Leute, für Retro ein Debüt, für uns hoffentlich ein Sieg. Heiltränke haben wir so Lala dabei, wir haben einige Ausrüsten dabei. Denkt ihr, wir schaffen das? Mal schauen. Und Breaker, bereit? Okay, gut. Dass ihr wisst, ich stelle mitten hier im Raum ein Mudblock hin. Dass man sich kurz hierhin stellen kann oder so und dann neben Angriff wegen Basketball und so, weil das geht ja durch. Kann's losgehen, ihr Schisser? Von mir aus ja, ich kenn mich hier nicht aus. Gut. Wird einfach mal wegrennen wie japanische Jungfer. Oh, sie kommt bei mir. Jo. Ich seh sie. Au, das kann ich nicht angreifen. Sie hat dich im Visier genommen. Nein, jetzt hat sie Retro ins Visier genommen. Jetzt hat sie mich ins Visier genommen. Alter, was geht mit der ab heute? Ja, weil ich wahrscheinlich jetzt den meisten Schaden mache. Scheiben, Gleister. Aber wir haben schon 5000 von ihr weggenommen. Das ist super. Tut ihr das überhaupt weh? Hm? Tut ihr das überhaupt weh? Ja. Sie hat noch eine zweite Form, glaub mir. Das wird noch schlimmer. Oh oh, sie schmeißt mit Bällen. Nicht Healen vergessen, Leute. Ey, genau, auf mich. Ah. Au. Ist aber der Ball. Oh, Headshot. Scheiße, ich bin so gut wie tot. Oh, ihr... Nein, nein, nein. Ihre Zeit vom Beginn gleich. Nein, Ihre Zeit vom... Ah nein. 15.000. Fuck, die Bälle sind ja hardcore. Das stimmt. Nein, warum verfolgt sie mich? Ich hab noch 20 Sekunden Zeit noch. Die Bälle sind scheiße, ja. Ja. Ey, stell dir mal vor, wir würden sie außerhalb der Ding bekämpfen. Wir wären im Arsch. Ich muss mich heilen, ich muss mich heilen. Ich hab noch 7 Sekunden. Geh mal mehr oben auf der Plattform. Ich bin gleich tot. Haltet sie bei Schach. Ich schaffe es vielleicht noch. Ich bin tot. Rita schafft es auch nicht. Nämlich? Er ist tot. Flieh! Flieh! Wunderbar! Da ist ein Fisch. Ey, bei dir ist es auf Deutsch gestellt. Retro zockt wurde vernichtet. Nicht mal zu dritt schaffen wir das. Oh mein Gott, warum? Komm, wir haben noch nicht mal richtig Waffen, ey. Ich hab noch einen blöden, äh... Ja, was haben wir als... Wir brauchen irgendeine Art Fernkampfwaffe oder so. Ja, ich hab diesen hässlichen Rui Peter, der da ein bisschen Schaden macht. Ja, aber du bräuchtes Wind. Ich guck mal, was wir haben hier noch. Ja, wir bräuchten irgendwie... Haufen Zeugs. Ich nehm mal... Die Mini-Hein, nehm ich mal. Nein, das ist meine. Das ist meine. Nein. Breaker, warum hab ich den Mini-Shark nicht mitgenommen? Bringt nichts. Stimmt, gegen den nicht so sehr. Nur die Mega-Shark macht was. Ja, aber die Mega-Shark können wir jetzt nicht machen. Ja. Ich werde grad abgeschmissen. Ich fühl mich misshandelt. Wieso schmeißt du mich mit allem ab, was du hast? Das ist mein Müll. Dein Müll, danke! Oh, wie ehrenvoll! Dein Müll! Pfff, pfff! Hab dich auch lieb! Dein Müll! Okay, ich kann... Guck grad welche, was wir noch für Barren haben. Wir brauchen noch die Illegal-Gun-Parts. Fünf Shark-Fin und dann könnte ich sogar die Mega-Shark machen. Warte! Ey, wir müssen, äh, Adamantium... Farmen. Illegal-Gun-Parts. Da ist das Illegal-Gun-Part. Ich komm da schnell... Wartet, wartet. Ich hab's doch gleich. Ich will die Schrottflänke. Ich geh mal ein bisschen was, äh... Farmen, ja? Im Untergrund. Farmen im Untergrund? Was willst du? Adamantium. Adamantium? Das war bei uns im Dschungelhofen. Ja, aber ich guck mal hier unten. Ja! Breaker! Ich kann's machen! Ich kann die Mega-Shark machen! Ist auch gut. Dann bleibt die bei mir jetzt permanent im Inventor. Und... YOLO-Leute! 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 Ich bräuchte vielleicht noch mehr Arrows. Arrows! Was machen die Eichhörnchen hier? Da! Da, da! Sie wollen ein bisschen spielen! Und da, da! Schmeiß mich nicht mehr Zeug, aber ich kann nichts mehr tragen! Das waren Pfeile! Ich kann aber nichts mehr tragen! Ich hab gedacht, du bist ein Einhorn! Ja, ein Einhorn kann ja auch so viel tragen! Ähm... Breaker? Ja? Ich habe jetzt statt einer... Oh! Die Mini-Shark macht ja nur 6 Damage! Die Mega-Shark macht 23 Damage! Äh... Soll ich versuchen mal sie ausbauen? Weil wir haben 2 Platinum! Ausbauen? Kannst du mal versuchen! Ja gut, dann reforge ich mal! Ich drück mir einen Daumen! Nein, das mach ich nicht! Na dann mach das Retro! Da! Demonic! Scheiße, 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 Scheiße! Das war gerade noch! Staunch! Hier ist nichts! Godly! Godly! Mega-Shark! Fuck! Jetzt habe ich die Godly mit 26 Damage! Ähm... Ja... Was? Schau mal! Hier! Breaker! Oh! Was habe ich getötet? Haha! Habt ihr das gehört? Ja! Was war das? Hier ist so ein kleines Viehchen, ein Glühwimmchen! Ja... Hier waren 3 Hasen! Alter! Kannst du mal mit Basketball spielen! Ich habe ein Glühwimmchen penetriert! Ich spiele Basketball mit dem Eichhörnchen, warte! Da! Ja! 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 Alter! Alter! Was tötet ihr da alle? Das war gerade mal ein Wasserstall! Das da irgendwo hinten hängen ist! Okay! Quikstark! Quikstark! Nein! Der hast du unten abgebaut! Hey! Ich kann sie nicht hinbauen! Ah! Mit rechtsklick ich Depp! Mit rechtsklickern zur Zeit! Hey! Warum geht das nicht? Ernsthaft! Ihr Inkompetenten! Ja! Pff! Du bist hier der Inkompetenteste überhaupt! Du bist der Inkompetenteste Mitarbeiter! Ja! Woge 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 woge! Hier für dich! Ich bin nicht da! Ja! Ich seh's! Wow! Bei mir ist das oben und unten zu sehen! Das ist nicht schön! Was ist denn? Ja! Die Schrift! Einmal über deinem Schädel und einmal unten! Ja! Ja! Das ist nicht schön! Welche Bullets machen mehr Schaden? Welche hast du denn alle? Silberbullets! Silberbullets nur? Jo! Geh mal beim Waffenhändler und kauf die normale Bullets! Ja! Die leeren gell? Ja! Nicht die Empty! Doch doch die Empty kommen ja auch raus! Da warte ich auf neun Empty Bullets! Warte ich such mal ganz kurz den! Die ganz normalen! Die Muscat Ball! Nicht die Empties! Muscat Ball! Damit kannst du nur äh! Oh! High Velocity Bullets kann ich sogar machen Digga! Geht mir auch heilig auf! Wartbullets oder so! Uh! Wienem Bullets! Vial of Wienem! Okay! Wo ist äh! Kann sie das verkaufen? Nein! Wer verkauft das? Was suchst du denn? Vial of Wienem! Vial of Wienem! Breaker? Deine Aufgabe! Was denn? Schau im Wiki nach! Vial of Wienem! Ja warte ich guck mal eben! Ich guck mal eben! Schnell mal trinken! Ja! Ich hab hier Whitney! Oh nein! Unsere Steampunkerin heißt Whitney! Das ist ein schöner Name! Ja Whitney Houston war hier! Whitney Husted! Ah warte ich glaub das verkauft der hier! Nö! Blowgun! Der hat nur die Blowgun! Der blowt halt gerne! Was ist das für ein Item jetzt immer? Ähm! Das ist so ne Art äh! Gift Ampulle! Ach dieses Gift Ampullen da! Jo! Aber warte! Wenn ich schon sage diese Gift Ampulle! Ach die Gift Ampulle! Ja! Ich weiß nicht welche du meinst! Ich sag doch Retro! Inkompetenter Mitarbeiter! Fresse! Er kann uns bestimmt nicht hören! Wie? Sicher nicht! So inkompetent wie er ist! Fresse! Die Schmetterlinge hier schauen irgendwie geil aus! Jaja! Ich glaub da oben ist jetzt auch gar mal gestorben! Was? Ja ich glaub da oben sind wir beide alle gestorben! Ja! Wegen den Twins letztens! Ich komme! Ich komme! Jetzt gibt's sogar schon Wolken! Ja! Das ist alles neu! Ja! Schwere los! Schau mal wie schnell ich verschwinden kann! Tschüss! Oh! Ich fall mal runter! Und dann plötzlich stirbst du! Find ich grad nicht! Bei Terraria gibt's auch eine Suchleiste! Ja! Bei mir wird die ganze Zeit übertont! Ich hab die nicht ganz zirke gesehen! Wie jetzt? Venem! Bullet! Venem? Nein, nein, nein! Nur Venem! Vial of Venem! Also V-I-A-L of Venem! Haltbreaker was turnetiv! Vial of Venem! Vial of Venem! Vial of Venem! Hilfe! Äh! Wie macht man mit Vial of Venem? Von wem bekommt man die? Vom Witch Doctor in Hardcore! No! Also Hardmodus After Defeating... Plantera! Ja! Super! Also ist das was ich jetzt gerade habe eigentlich fast die besten Bullets zur Zeit! Weil es gibt nur noch 10 Range Damage, aber die werde ich mir jetzt extra nicht kaufen! Gut Leute, ich danke euch schon mal fürs Zuschauen! Retro muss nämlich gleich gehen! Nächstes Mal wird er eventuell dabei sein! Ich weiß es nicht! Aber... Wenn, dann hat er ja schon mal die Ausrüstung dafür! Breaker und ich werden nächsten Mal versuchen ein paar Waffen zu bekommen! Wir werden schauen was wir alles machen und dann... Naja... Vielleicht werde ich auch mal ein bisschen mich rein spülen und schauen was man machen kann! Und äh... Ich sag schon mal Danke! Breaker sagt auch Danke! Äh... Diesmal gibt es nicht so viele Montages! Wahrscheinlich nur einmal das... Boku no Pico und äh... Was soll noch zu sehen sein? Ah ja! Das Dance Gushas! Schon wie gefallen dir Gu! KUSHAS! 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 Der ausschaut als wäre er von der Entzugsklinik geflohen! Du du dumm! Du du dumm! Du du dumm! Du du dumm! Das sieht sehr schwul aus! Du du dumm! Das ist Gushas! Ich bin der Lilane! Und er ist der blaue... Blaue Bauarbeiter! Ich werd jetzt die Musik einblenden lassen während dem Outro! Also Leute haut rein! Euer Pbis, euer Breaker und euer Retro! Bis zum nächsten Part! Tschüss! TÜß! TÜß! Breaker, sag was... Ja! Ok, ich muss tschüss sagen! Das ist ungewohnt! Ja! Tschüss! Tschüss euch Hörnchen! Dance Gushas! Dance Gushas! Super toll! Nein, wir setzen! Warte! 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 Ich kann auch nicht mehr setzen! Schau mal! Ich hab ne... Ich nehm grad jetzt kurz auf! Warte nochmal! Warte! Mach auch mit, ja! Ach du Scheiße! Oh mein Gott! Ich hab nur noch 20 FPS! Oh mein Gott! Nein! Wieso lässt du's Oben frei! Nein! Nein! Bei mir legt es schon. Bei mir legt das übelst. Jetzt habe ich 145. Alter! Mensch wie hängt's? Na gut, ich muss mich eh verabschieden. Viel Spaß dann. Tschüssi, Mensch. Oh, jetzt sind wir los. Super toll!